Yo Leute, zurück bei Call of Juarez und es geht weiter. Ja, genug ekelhaft geredet. Wir schauen mal, was jetzt noch auf uns zukommt. Also ich bin erstaunt, dass das Spiel jetzt doch schon viel länger ist, als ich dachte, muss ich zugeben. Aber es macht ja auch Laune, von daher habe ich gar kein Problem damit, dass das was länger geht. Also ich kann euch sagen, ich habe jetzt schon einige Projekte im Kopf, die ich jetzt noch bringen will. Gerade jetzt hiernach habe ich auch schon ein paar Projekte, die ich bringen könnte. Okay, wir nehmen wieder unser Gewehr. Wir gehen einfach mal hier hinterher. Wir verfolgen die Dolphins. Okay, hier ist was zum Kaputtschießen. Dann tun wir das doch natürlich auch mal. Hier ist noch was. Das gibt ja auch Schönpunkte, muss man ja sagen. Deswegen schadet das nicht. Ach nö. Ich wusste, dass das passiert. Es war schwer, dass wir auf einem richtigen Kurs bleiben. Also haben wir ein Blick auf die Landwirte gehalten. Okay. Sieht ein bisschen so... Ja, so sumpfmäßig einfach aus. Richtig schäbig. Da ist nix, okay. Da müssen wir doch einfach nur hier hin. The maple trees were in full color. Red is blood. What the fuck? The rains that here were torrential. So the whole area was flooded. Ach was? Was ist das denn? Jetzt muss ich hier selbst nach suchen. Das ist ja Müll. Geht doch. Jetzt muss ich hier selbst mein Ziel suchen. Das ist scheiße. Oh mein Gott, ey. Das ist ja perfekt für mich. Oh mein Gott. Habt ihr diesen Kopfschuss gesehen? Der war ja wohl auch richtig episch. Ach, da oben. Oh Gott, hilfe. Nimm das Gewehr. Gewehr ist eh besser. Hier geht's ja dann wohl schon mal irgendwie nicht weiter, oder? Oder doch? Ach komm, dein Ernst? Ah, was denn? Wie sollte ich da ausweichen? Das ist ja ein Schwachsinn. Gibt's ja wohl gar nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ach Gott. Komm her. Okay, okay. Ja, du weißt, du kannst dich nicht mehr sein. Nein! So, haben wir ihn doch. Wo ist denn noch einer? Ich krieg verdammt viel Schaden gerade. Und dieses Spiel kommt so laggy rüber. Das ist echt komisch. Nehmen wir mal den Ranger. Wow, Dynamit. Haben wir da nicht auch noch welches vor? Haha! Okay, den hätten wir. Geh down! Okay. Ah, ich dachte, da kam gerade noch einer. Da habe ich mich verguckt, da habe ich mich verguckt. Da sind wieder welche. Ba-bam! Dynamit in der Luft teilen. Lass es Feuer regnen. Durch Drücken von G kannst du dein Dynamit in der Luft in drei Teile derselben Wirkung spalten. Okay. Dann brauche ich jetzt nur noch Dynamit. Okay. Na, ist hier irgendwo einer? Da war was Rotes. Das nehmen wir natürlich mit. Und das auch. Na, wo sind wieder Gegner? Es sieht echt laggy aus, aber ich spiele echt mit 60 FPS. Ganz komisch. Wo sind die? Ich habe keine Idee, wo ich war. Steve? Ach, da. In der Geschichte ist einer eingepönt. Ich bin ziemlich schnell. Wie nice ist das denn bitte? Da schläft einer. Steve? 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 Oh, äh, no, 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 I'm listening. Indiener sind mich von allen Seiten umgekehrt. Wieso auf einmal wieder Indianer? Das ist voll Hammer. Das ging doch schon mal ganz gut. Werde dir Banditen auf dem überfluteten Friedhof los. Okay. Okay, okay. Hä? Wo denn? Ach, da. Versteckt die sich? Die Made. Na, komm doch her. Ach, scheiße. Warum treffe ich denn nix? Verdammt. So, jetzt aber. Meine Güte. Bin echt schlecht. Okay, okay, okay. Das ging ja nochmal ganz gut. Oh. Ha. Nice. Da ist noch einer. Ah, scheiße. Ah, komm raus jetzt. Mann, Mann, Mann. Man sieht die manchmal gar nicht. Okay. Das war knapp, aber wir haben es noch geschafft. Beinahe wäre da wieder alles ausgeartet zu diesem Zeitlupenschuss. Zu dem Todesstoß. Alter. Von wo? Ach, da. Entdeckung. Ah, fuck. Nicht zu weit hinten anfangen, bitte. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay. Ich werde versuchen, jetzt auch nicht immer so unglaublich gezielt auf den Kopf zu schießen, weil das scheint ja eh nichts zu bringen. Außerdem kriege ich so ja auch genug Punkte. Hä? 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 Na, wo ist da einer? Das war ja jetzt echt leichtes Spiel. Kopfschuss. Dem kann auch er nicht widerstehen. Oh. Okay. What the fuck? Okay. Da ist wieder ein rotes Band. Das ist, wenn ich es sah. Ein verdammter Steamboot. Ein Steamboot? In einem Schwamm? Ja, Steve, aber das war nicht viel mehr als ein Wack. Aber wie ist ein verdammter Steamboot in den Schwamm? Yes, it floated off during the flood of 89. Now, was it a sternwheeler or, or a sidewheeler? What, what? Does that really make a difference, Steve? It was a Steamboot with a goddamn army on board. Oh, oh. Dann versuchen wir mal einigermaßen hier aufzuräumen, aber ich kriege hier schon wieder so auf den Sack. Geh da und warum explodiert das nicht? Das hasse ich wirklich an dem Spiel bis jetzt. Dass da manchmal, du schießt wirklich eins zu eins auf dieses Ziel, was du sonst vorher ganz locker bekommen hättest. Aber genau dann, wenn du es brauchst, funktioniert es nicht. Noch einer? Hier war da noch einer. Wo sind sie? Den hätten wir schon mal. Den haben wir auch. Wo muss ich hin? Ah. Seht ihr da schon wieder? Ich habe eins zu eins auf den Kopf geschossen. Und was ist gewesen? Nichts. Ah. Haben wir noch einen Teil gefunden? Oh, fuck, fuck. Und tot. Wie dumm, Mann. Ach Gott. Das ist ja voll behindert. Wie einfach jetzt wieder alle Fässer da sind. Das Teil muss ich nicht eins sammeln. Stimmt ja. Noch einer? Nö, keiner mehr da. Gut, dann mache ich jetzt erstmal einen Schnitt und melde mich gleich zurück. Und das ist glaube ich auch die erste Mission, so richtig, wo ich jetzt zwischendrin einen Cut machen muss. Aber gut, wir machen gleich weiter. Bis dahin. Und haut rein. Bis dahin. Bis dahin.